Geh weg, ich schwöre. Ich steck dir die Euron in den Euron. Hinter dir, hinter dir, hinter dir! Ey, hast du mich jetzt getötet? Nein! Nein! Überhaupt nicht! Ich war das nicht, ich war das nicht. Let's go! Moin meine Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft Spielmodus. Ich bin's, der Reol. Und ich bin der Mentor. Schönen guten Tag, auch an euch. Das hat gedauert, bis du deinen Einsatz gefunden hast. Ja, wir hatten uns gedacht, wir zocken mal zusammen mit ganz, ganz vielen anderen Leuten. Gun Game, hier auf dem Heavyball.net-Minecraft-Server von Mojang-Minecraft. Richtig. Minecraft, ja, so, so. Und in vier Sekunden startet es. Für die Leute, die es noch nicht kennen, dieses Spielprinzip. Es ist wie in allen Shootern, wir starten erstmal... Na, okay. Wir starten mit einer schwachen Waffe. Hier ein Goldschwert. Ich bin tot. Ja, ist eigentlich egal, wenn du stirbst. Ich bin auch tot. So, aber wenn wir jemanden töten, dann bekommen wir eine bessere Waffe. Das bedeutet, wir müssen uns aufleveln. Und, ähm, ja. Und der, der halt alle Waffen durch hat, der hat halt gewonnen, ne? Mentor, jetzt bekommst du auf die Fresse von hinten. Ey! Das ist nicht fair! Ey, du lapp mich, hast doch einen gek... Ja, und? Jetzt habe ich ein Holzschwert, das, äh, bisschen miese ist. Ja, dass du mich totstest, das ist miese. Au, 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 au. Reol ist schon beim zweiten Schwert. Ich dachte, wir arbeiten zusammen, du kleiner Schwert. Als ob das illegal. Was? Ist das echt? Ich weiß nicht. Nein, keine Ahnung. Woher soll ich das denn wissen? Ich spiele es doch jetzt hier zum zweiten Mal oder so. Oh, und ich bin tot. Bin ich jetzt wieder? Oh! Ich bin auch tot. Ja, wenn man nämlich, wenn man nämlich... Oh, du hast schon einen Bogen, what the fuck. Ja, ich ahne sowieso schon Böses irgendwie. So, ich hab schon Eisenschwert. Ich weiß nicht, wenn ich über mein schönes Goldschwert nicht mehr hinaus kommen, oder? Oder, oder werde ich? Ich hoffe es so gut. Goldschwert ist das Anfangsding, ne? Ja, ich weiß. Das weißt du. Das weißt du, ja. Au, 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 au. Aber jetzt sind noch andere mit. What the fuck? Aua, au, au. Hör auf mich daun! Hör auf mich daun! Hör auf mich daun! Geh weg! Oh, Reol hat schon ein Diamantschwert. Was ist da los? WTF? Wie viel tötest du denn? Ja, Reol tötet alle hier. Und ich hatte gerade einen Bogen, aber jetzt habe ich wieder das Diamantchwert. Ich wurde wieder zurückgesetzt. Oh mein Gott! Der Reol, der geht ab. Ich denke wir werden so zwei bis drei Runden hier rein machen. Und wenn ihr von dem Spielmodus mehr wollt, dann schreibt uns das bitte in die Kommentare. Aber nicht so, so, ich will mehr von diesem Spielmodus und Spammerfest jetzt 20.000 Mal rein. Nein! Ihr schreibt völlig intellektuell sowas wie, Hallöchen, Mentor und Hallo Reol. Ich finde euer Video echt sehr gelungen und wünsche mir mehr von diesem Minecraft-Spielmodus. Kann man auch mal versuchen, oder? Ja, und das schreibt ihr am besten bei mir. Bei Reol schreibt ihr am besten nur Baum. Das finde ich auch gut. Was? Was labest du? Ach, der hat gewonnen! Du hast letztes auch meinen Kanal mit Reol zugespampt, ey. Ich habe die Permissions. So, nächste Runde, Mentor. Komm. Ja, ja. Okay. Komm, wir gehen in EU 6, das ist oben rechts. Oh, das ist voll. Wir gehen in EU 7, das ist ganz, ganz oben rechts. Okay, gut. Jetzt mache ich alle fertig. Jetzt machst du alle fertig. Jetzt kommt der Ninja-Mentor. Wir möchten einfach mal gucken, wie viele Leute sind eigentlich aktiv am Videos schauen. Da habe ich mir jetzt einfach mal gedacht, machen wir es doch einfach mal, dass jeder, wirklich jeder, der bereit ist, der sagt, hey, ich gucke dieses Video und ich mag euch. Der gibt jetzt einfach mal einen Daumen nach oben. Als Zeichen der Aktivität. Und mal gucken mal, wie viele Daumen wir zusammen kriegen, oder? Das wäre doch mal was. Ja, das wäre mal was. Auf jeden Fall. Sicher. Vor allem, wir haben das nicht am Anfang gesagt, wir sagen das mitten im Video. Das heißt, nur die Leute, die wirklich gucken das Video, die werden diesen Satz jetzt gerade gehört haben. Richtig. Und nur diese Leute haben dann wahrscheinlich auch, also einige davon, der Großteil hoffentlich, hat dann auch geliked. So. Rio, nimmst du auf? Nein. Also für meine Abonnenten gibt es natürlich das Gleiche. Das finde ich eigentlich gar nicht eine schlechte Idee. Oh nein. Rio, nimmst du auf? Nein. Morgen erst nur online. So, es geht los. Jetzt wird hier, äh, aber... Jetzt wird hier, äh, geklatscht, man. Jetzt wird hier, äh, geklatscht, man. Ja, aber richtig. Richtig geklatscht, du. Du bist gerade von hinten geklatscht, das finde ich nicht gerade fair. Ach, komm doch, du. Ich habe gehört, man munkelt, man munkelt, dass wenn man dieses, kennst du Blockhitten, gar nicht, ne? Weil, man muss dazu sagen, der Mentor, ne? Ihr seid immer... Ich renne! Einige von euch sagen vielleicht, der Mentor ist von der Mongo und der kennt gar nicht Minecraft. Der spielt seit drei Monaten erst Minecraft und dafür ist er echt top, top. Kennt er sich aus, finde ich. Ja, also ich sag mal so, für drei Monate ist das okay. Also, ah! Scheiße, ich wurde gehauen. Nein, geh weg, du Blockhitten! Rennen! Ich habe schon, 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 schon. Was heißt schon? Was ist das? Ich habe ein Goldschwert. Ich habe ein Goldschwert. Ah, ich bin tot. Okay, hinter mir weg. Jetzt ist das für ein Goldschwert. Wieso waren hinter mir fünf Leute her? Witzig? Sie mögen dich, oder? Habe ich irgendwie... Zuckerguss am Arsch kleben, oder was? Oh Gott. Guckt lieber nach, ne? Ja, ich glaube auch. Und jetzt ist noch irgendwie solche Schmetterling gekommen und dann mit ihren langen Saukuss... Ich komme nicht an den Rand, der hat irgendwie so komische Bälle. Schneebälle, glaube ich, sind das. Boah. So komische Bälle. That's what she said, Mentor. That's what she said. So, Riolo hat noch ein halbes Herz. Was? Verfolge nicht! Ich krieg nicht! Nein! Jetzt haut mich einer! Nein! Nein! Fäll! Ich kann das gar nicht, dieses Blockhitten, aber ich mach das jetzt einfach mal. Oh, ey. Es lohnt sich. 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 Also, geht schon wieder. Danach hatte ich schon einen Bogen. Oh, ich krieg immer was und bin sofort tot. Das gibt's doch überhaupt nicht. Also, ich muss mich da erstmal reinfinden. Das ist ja für mich immer noch so ein bisschen Neuland hier. Ich schlag jetzt einfach den mit Goldschwert. Ja, wie gesagt, ich spiel's jetzt auch zum ersten Mal. Ne, zum zweiten Mal. Ich hab den mit Goldschwert geknickt. Ich hab schon mal im Livestream von Mojang in Minecraft. Ey, hör doch auf! Uah! Ach, ihr seid doch blöd. Ey, ich hab einen Bogen, ne? Nein! Und wenn ich 20 Mongos auf dich zustürme, das geht gar nicht, klar. Ey, das geht nicht. Ich hatte schon einen Steinschwert. Ich hab dann noch eingekannt. Ich hatte schon einen Eisenschwert. Und dann tötet der mich. Das ist doch... Ich hab den Typ mit dem Diamantenschwert gekillt. Deswegen hab ich dann wahrscheinlich noch zwei Level bin ich aufgeschrieben oder so. Geht das, glaub ich schon? Nein. Nein? Aber warum hab ich dann direkt... I don't think this is possible. But I think so. Because I just killing him. Was ist los? Oh nein! Oh! Ich hab das letzte Item und dann gewinnt einer. Geht doch nicht, klar. Mir macht das auf jeden Fall sehr viel Spaß. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr da Kommentare schreibt. Nächste Runde. Ich hab Bock und auf eine, okay? Ja, komm, wir machen das natürlich. Um links EU1, EU1. Boah, ich hab so Bock drauf. Macht das auch Spaß? Ja, ich find's geil. Ich muss mich da erstmal nur eingewöhnen, weil ich bin bisher noch so bisschen... Okay. Man muss euch mal fragen. Wie findet ihr eigentlich, dass, ähm, das Mentor mit mir jetzt ein bisschen Videos macht? Ich find den Typen eigentlich super korrekt. Ich mein, ich hab ihn kennengelernt in Dortmund in der City. Da wollte er einen Euro von mir haben. Hab ich gesagt, Alter, wir können gerne einen YouTube-Kanal aus dir machen. Da verdient's ein bisschen mehr als einen Euro mit YouTube. Und, ähm, hat er gesagt, alles klar, Reol, mach ich. Kein Problem. Und so ist der Mentor von der Straße gekommen, ne? Ja, aber den Euro hat er mir trotzdem gegeben. Da hab ich mir erstmal direkt einen Cheeseburger gegönnt. Also ich danke dir nochmal dafür, das war ja richtig geil. Kenning, Kenning. Da muss ja so ein bisschen Social sein. Auf jeden Fall. Sehr sozial von dir. Diese Geschichte ist wahr. Nichts als die Wahrheit. Nur die Wahrheit. Nur die Wahrheit. Und dahinter kommen noch sechs Ausrufezeichen, um das zu betonen. Der Wahrheit. So, ich hab, ich will ja mal gewinnen hier. Mann. Ich will auch so vieles. Ja, erstmal sehr froh, dass du jetzt von der Straße runter bist. Oh, ich hab ein Schollschwert. Was hast du ein Schollschwert? Holschwert. Ich hab ein Schollschwert. Ich hab ein Schollschwert. Ich hab ein Schollschwert. Was war das denn jetzt? Alter, wer ist das da? Aha. Ja, wack. Das klingt wie engeligter Frisch. Äh, wieso kriegt einer mit einem Goldschwert, obwohl ich ein Holzschwert habe und volles Leben darf? Das ist irgendwie crazy. Goldschwert und Holzschwert machen gleich viel Damage, das weißt du. Nö, du bist gerade eben noch nicht. Er will mit mir Frieden machen, hier gibt's keinen Frieden. Oh, ich hab ein Steinschwert. Jetzt bin ich okay. Oh, ich hab ein Steinschwert. Jetzt bin ich okay. Oh, ich hab auch eine Steinschwert. Ja, wir sind beide okay. Okay, komm. Wir rocken jetzt hier alles. Nein, geh weg. Ich seh dich. Geh weg. Ich schwöre. Geh weg. Ich schwöre. Ich steck dir die Eure. Hinter dir. Hinter dir. Hey, hast du mich jetzt getötet? Nein. 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 Überhaupt nicht. Ich war das nicht. Ich war das nicht. Nein. Ohne Spaß. Wenn ich das war, dann würde ich jetzt sterben. Ja, ja. Ja, ja. Ich hab immer lebt. Ich war das nicht. Ja, ist klar. Hä? So. Come on me, Bro. Come on me. Ich find das so doof, dass hier so viele Leute sind. Das find ich irgendwie zu übertrieben. Findet das blöd, dass hier so viele Leute sind? Dann muss man dann auch so sagen, der Mentor ist ein ganz scheues Tierchen. Ja, total scheue. Der hat mich auch direkt schon so scheue kennengelernt. Ich saß da unter der Parkbank. Ja, aber er hat eigentlich nicht mal gefragt. Er hat nur so ein Schild in der Hand. Genau. So. Beschlafen. Und dann hat er mir eine Textnachricht hinterlassen. Auf meinem Schild. Auf der Ecke. What the fuck. Ja, what the fuck. Oh nein, lass mich. Lass mich doch, doch. Das ist doch. Ey, ich töte immer einen und werde dann direkt gesnackt. Oh. Das ist nicht mehr lustig. Das ist kein Fun mehr. Und der snackte gerade übrigens alle, die sagt. Nein. Ja, dick. Nein. 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 Ich glaub, meine Eltern schlafen schon. Und ich schreie voll rum. Aber muss sein, muss sein, Mann. Ich hatte das letzte Item. Und dann kommt einer von hinten. Demütigung pur. Mentor, dreh dich nicht um. Ich drehe mich, ähm. Warum? Hey, warum? Guck mal, du triffst ja nicht mal. Du triffst ja nicht mal. Guck mal, ich glaub, du bist ein bisschen Slalom. Du triffst nicht. Du bist Slalom. Boah, sag mir doch, dass einer hinter mir ist. Nö. Denkst du, ich sag dir das? Den hole ich mir jetzt mit meinem Bogen. Oh, der ist schon in Level 7. Das macht mir Angst. Das macht mir Angst. Ich kenn ihn ja bis gar nicht, weil ich die ganzen Call of Duty spiele und so gar nicht gezockt habe. Wow. Komm her, du scheiß Benner. Hey, was hast du für Cheating-Sachen? Hinter dir sind irgendwelche. Ach, das ist doch Cheating. Pfff. Komm, jetzt, 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 jetzt. Ruhl will auch mal gewinnen. Ruhl will auch mal gewinnen. Yo, 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 yo. Was? Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen, Alter. Du hast nicht gewonnen. Wut. Doch, klar, guck ihn schon. Ruhl has won the game. Wuhuuu. Man muss wenigstens einmal die Runde gewinnen, oder? Ich würd sagen, das reicht erstmal für die erste Folge. Also, wie gesagt, wenn ihr mehr von diesem ultra geilen Game ist, also wirklich Props an Mojang Minecraft, richtig gut umgesetzt, mal richtig Spaß hast zu zocken hier auf Heavy War. Dann, äh, erstens, schreibt es uns hier in die Kommentare. Zweitens, lasst auf jeden Fall einen grünen Daumen bei mir und bei Mentor da, sein Video ist, ähm, als Videoantwort bei mir unten und, ähm, spielt selber Gun Game hier auf dem, äh, Server von Mojang Minecraft, wenn ihr Bock drauf habt. IP ist wo, Mentor? In der Beschreibung natürlich. Und vielleicht sehen wir euch ja hier auf dem Server. Genau. Wir werden das bestimmt noch irgendwann mal zocken und dann aufnehmen. Ähm, auf jeden Fall war's das jetzt erstmal von unserer Seite. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Bis dahin, haut da rein und schaut auf jeden Fall beim Mentor vorbei, weil der macht echt coole Videos. Gut, dann bedanke ich mich auch und sage Tschüssi, bis zum nächsten Video. Tschüssi. Oh, er stottert. B-b-bedanke. So, haut da rein. Tschüss. Ja.